Ein paar Fragen? Gut, es freut mich wahnsinnig, hier zu sein heute in diesem besonderen Platz Orangien-Baumburg. Die Geschichte Niederlande und Deutschland verknüpft sind und auch meine Familie eigentlich da ist. Das ist sehr, sehr besonders. Am Ende meiner Reise durch drei Bundesländer, dreieinhalb Tag, hier mit Ihnen ein kurzes Gespräch zu haben. Es waren drei, dreieinhalb sehr intensive Tage, drei Bundesländer. Eigentlich ist es ein bisschen zu viel, aber wir sind ganz froh, wie warm wir empfangen sind und wie unglaubliche Gastfreundschaft wir hier erlebt haben. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Es waren drei sehr besondere Tage. Drei Tage mit sehr viel Religion, mit Kultur, mit Natur, mit Architektur. Natürlich mit einem sehr bewegenden Besuch an Buchenwald, wo man nie vergessen darf, was hier passiert ist, wie die Menschheit, was der Menschheit angetan wird von anderen Menschen und so weiter. Ich war schon oft in einem KZ, aber ich muss sagen, es berührt mich immer wieder zu sehen, was möglich ist. Also das muss man bleiben und sehen. Daneben haben wir natürlich auch viel positive Sachen gesehen, wie sein Plattenbaugebiet wieder neu aufgebaut wird, wie mit dem Spindler Innovation wieder kommt und wie die Leute eigentlich sehen, dass es in die gute Richtung geht. Die haben natürlich schwere Zeit hier gehabt, auch nach der Wende. Leute haben gedacht, es geht sehr schnell gut. Es ist nicht immer so gegangen. Es gibt noch immer Probleme, die haben wir auch gesehen, haben wir auch viel über geredet, aber im ganzen Kurs viel positives Energie, die in diese drei Bundesländer gibt. Das ist auch für meine Frau und ich war sehr besonders hier zu sein. Und ja, wir haben uns darauf gefreut. Wir freuen uns immer auf unsere Arbeitsbesuche in Deutschland. Wir versuchen jedes Jahr ein, zwei, drei Bundesländer zu besuchen und so ihrem Land gut kennen zu lernen. Also das war ungefähr so ein bisschen über diese Reise. Und jetzt ein paar Fragen.